Super Mario sieht in die Sonne und gelangt nach Bayer Paradiso, Kapitel 2, der Bezwinger der Labyrinth-Ruine. Im letzten Part sind wir hier angekommen, haben nicht nur das erste Kapitel gelöst, sondern dabei auch noch gut die Hälfte an blauen Münzen dieser Welt gefunden. Und das Wasser ist immer noch vergiftet? Ich muss nur mal schauen, was die Aufgabenstellung genau war. Mario, danke für deine Hilfe. Das war in der Tat sensationell. Möchtest du mein neuer Lehrer sein? Ich denke, egal. Mein Obsi steht da vorne und möchte dir etwas sagen. Ja. Die alten Männer manchmal, ne? Ja, ja. Haben das Sagen. Hey, Fischgesicht! Was soll denn der Quatsch? Lass mich in Ruhe mit deinen giftigen Gewässern. Na ja, gut, ihr mögt das auch nicht, dass ihr alles so ein bisschen verranzt ist, aber so ist es halt manchmal. Man kann es sich nicht aussuchen, wa? So, Opsi. Das war gute Arbeit, Meister Mario. Dank dir ist der Wasserfall wieder so wie früher. Bravo! Aber was ist das? Das Wasser ist noch schmutzig? Seltsam! Es scheint, als ob meine Theorie falsch war. Uh, ha. Schon okay. Ich denke, ich kenne den wirklichen Grund. Das scheint keine riesige Belohnung, aber ich verrate ein großes Geheimnis von Bayer Paradiso. Gut, da hinten müssen wir hin. Okay, okay. Diese Bucht ist die Grabstätte eines alten Paradiso-Königs. Benetze die Wandtafel und es müsste sich ein Weg öffnen. Es ist wie Zauberei. Ein Weg führt zu einer Insignie der Sonne. Glaube mir, das stimmt wirklich. Vielleicht. Das haben wir im letzten Part ausführlich erkundet, bis auf das hier. Das ging nicht auf. Jetzt geht's auf. Mal sehen, ob hier noch mehr Blue Coins drin stecken. Würde mich nicht wundern. Das ist ein... Ah, siehst du? Mach einfach den hier. Ich glaube, so ist es auch gedacht, weil es gibt ja keinen Weg hierhin. Ich nehme an, die Zeit ist knapp. Upsa. Ach komm schon. Okay. Wir sind doch ein bisschen großzügiger. Was war hier? Was war hier? Nö. Wir sind auch nach unten. Als ob... Da ist was. War ich da nicht schon? Ich glaube doch. Hier war ich drin. Das ist natürlich... Gut. Ich habe mich da anders hinbegeben, das wisst ihr. Und wie komme ich jetzt wieder hoch? Nicht ohne weiteres, wa? Gut, da muss ich in den süß-sauren Apfel beißen. Immer dran denken, die Kamera gerade zu machen, sonst wird das so schnell nichts. Okay. This way. Ihr seht schon, Blooper. Oh, ja. Die Blue Coin ist geschenkt gleich. Sicher, das ist nur... Gelbe waren, als ob. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, welches beste Kapitel zum Sammeln der 100 Coins ist. Ich meine, ich habe unten schon einige gesehen. Womöglich ist es wirklich Kapitel 2. Aber muss man mal sehen. Nicht wahr? Gut, das geht gleich wieder... Das wird gleich wieder rückgängig gemacht, aber was soll's. Ach, sieh an. Deswegen hat es. Wir sind. Okay. Seht ihr? Jetzt geht eins nach dem anderen. Und du... Beeil dich. Wir essen heute zeitig. Okay. Wenigstens vier auf einmal. Ich dachte jetzt. Weil vorher geht das auch nicht wieder, ne? Dann wisst ihr Bescheid. Okay. Als wären wir irgendwo drin. Nice. Das ist halt gemein. Das ist übelst gemein. Was soll das funktionieren? Boah. Du musst halt rausspringen. Das ist einfacher gesagt als getan. Aber hilft dir ja nichts, ne? Bitte. Es war vielleicht eine Idee an der Stelle, dass ich nicht direkt von unten versuche, ranzukommen, sondern von weiter oben. Uno momento. Also der alte Knabe hatte recht. Da unten sollen wir hin. Als ob da nie jemand irgendwie hinkäme. Aber okay. Wir machen das klar. Ich bin der Temptner aus Brooklyn. Und das ist meine Geschichte. Einmal probieren. Das ist echt nicht möglich. Das ist bestimmt möglich, aber... Aber wie? Mit einem so perfekten Timing, dass es das so nicht gemeint war. So war es bestimmt auch gedacht. Wenn du da halt im Vergleich einfach wegspringen kannst. Folgen wir den Weg weiter. Nicht, dass der sich jetzt auch gleich wieder zurückzieht. Ich würde es tippen. Na, wen haben wir denn da? Die Rückkehr unseres fischigen Freundes. Ich habe es doch geschrieben, man muss dem gar nicht die... Oh, ich habe kein Wasser mehr. Die Entwickler haben mitgedacht. Thank God. Auch wenn der jetzt ein bisschen stärker sogar ist, als in der zweiten Welt. Es ist nicht nötig, ihm alle Tentakel auszuziehen. Wobei es einfach Sinn ist. Oder sinnvoll wäre. Also sollte ich aufhören, das mal zu probieren. Draufjumpen am besten zum Paralysieren, wenn du so willst. Jetzt ist die Frage... Okay. Ich bleibe dabei der klassischen Variante. Ihr seht ja. Es ist mehr von Erfolg gekrönt. Ich habe es ein bisschen probiert. Es geht. Ich weiß das. Aber bevor ich hier abkratze und ich habe nicht auf Speichern gedrückt... Warte. Das werden wir nicht riskieren. Wer so eitel ist und nicht auf Speichern drückt... Da muss ich jetzt auch die Zeit nehmen und hier ein paar Münzen einsammeln. Ich war mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, ob das das war. Das Kapitel mit ihm. Aber der will auch zweimal, wie das halt gewohnt ist. Sonst würde er weggeflitscht werden. Äh. Bomberts, 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 Bomberts. Keiner sieht was. Sie sehen nix. Wie sie sehen, sehen sie nix. Also, wenn sie was sehen, dann sehen sie nix. Und wie sie sehen, sehen sie nix. Alle Telefone sind besetzt. Wenn noch ihr Telefon besetzt ist, rufen sie uns an. Na, die Flosse ist platt. Na, bist du es gleich auch. War ein bisschen dämlich von mir, der Kampf. Egal. Bast schon. Wir sehen uns wieder. Irgendwo. Irgendwann. Irgendwarum. Und jetzt. Wo landen wir wohl? Gab's hier vielleicht noch Sequels? Man weiß ja nie. Ich glaub schon, dass man die Basen... Ich glaub sogar lang genug bespritzen musste. Ja, guck an. Oder war das jetzt der richtige Treffer? Warte. Heftig, oder? Das waren aber nur die zwei dicken. Mehr als zwei wäre noch ein bisschen heftig. Ob man hier rausspringen kann? Ich glaub schon. Obwohl, das ist ein Wasserfall. Der Wasserfall soll wahrscheinlich auch verhindern, dass man von außen reinspringen kann. Aber ich bin in Ordnung damit, was ich heute schon erreicht hab. Dann war's das für diesen Partner Spaß. Ich mach doch nur Spaß. Ich bin überlegen. Wir müssen halt nochmal oben hin, weil ich weiß, dass da noch ein paar Blue Coins waren. Aber was sind die ganzen Kapitel noch gleich? Wir haben noch den Zahnarzt, natürlich Mario Morgana, dann den Typi. Die Flasche der roten Münzen. Das war so ein eigener Bereich. Da ist der alte Mann. Und das Wasser ist jetzt immer noch... Ach, Quatsch. Heureka, ich weiß, ja. Jetzt weiß ich es. Was ich jetzt weiß? Ich weiß, warum das Wasser so verschmutzt ist. Logo! Die Antwort bist du. Du musst auf den Grund des Meeres. Natürlich ist dir das momentan nicht möglich. Ich hab ein Areal, in dem du deine Fertigkeiten testen kannst. Ole, ole, ola. Mit diesem Helm kannst du viel länger unter Wasser bleiben. Bewege dich mit dem Dreckwerk und hole die roten Münzen. Aber übertreib es nicht. Geh dir die Luft aus. Schnapp dir die anderen Münzen, um Luft aufzufüllen. Kann's losgehen. Hat was von Big Boos Burg. Von Mario64. Warum ist es Mario möglich zu schrumpfen, wie es ihm passt? Ja. Gab's ja auch blaue. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich würde fast sagen nein, oder? Warum? Okay, das Spiel will das nicht so. Ganz merkwürdig. Hier gibt es auch das ominöse Buch. Bauen die Entwickler so schöne Sachen ein für Mysterien. Keiner kümmert sich drum. Aber wenn sie was vergessen rauszupatchen... Kann ich es überhaupt zeigen, oder nicht? Es hat im Endeffekt gar keine... Relevanz mehr im Spiel. Hat man es nicht gerade sogar eben gesehen? Und zwar... Liegt hinter dieser Tür... ...ein Buch. Habt ihr gesehen? Ihr könnt ja stoppen, wenn es das war. Ich krieg's nur für eine kleine Millisekunde hin, irgendwie. Deswegen sollte man es ja gar nicht hinkriegen. Aber ihr könnt ja, wenn ihr wollt, zurückspulen. Hinter der Tür hier liegt ein Buch. Keiner weiß, was es damit auf sich hat. Was das werden sollte. Aber es ist da. End of the story of seasons. So, halten wir ein bisschen die Augen offen. Blaue gibt's hier nicht mehr. Wo sind die letzten Beine, ist die Frage. Mit da oben bestimmt. Das verliert sich halt ein bisschen. Aber dafür ist es auch wirklich eine sehr gechillte Aufgabe, wie ich finde. Da, im Fischschwarm. Deswegen hab ich jetzt schlecht sehen können. Und wir können ja auch nicht wieder raus, ne? Erinnert mich dann auch wieder an Mario 64. Und zwar quasi ein bisschen... Wo man... Ups. Nur schwimmen konnte. Vor der dritten Welt. Dieses kleine Aquarium. Würdest man jetzt nicht erzählen, dass du festwachst? Okay. So viel Input. Vielleicht nochmal irgendwo unten. Als ob. Als ob. Leute. Please. Gut. Warum man da hochgeschleudert wird, ist halt echt ne Frage. Wo ist denn jetzt die letzte Coin? So ein Fischmaul besiegen. Quatsch, oder? Ist er blind? Ich seh schon die Kommentare vor mir. Da bei Minute so und so hat man's doch wieder gesehen. Und da schon wieder. Und da schon wieder. Und da schon wieder. Ich weiß nicht, wo die hier ist. Die war nicht krass versteckt. Ach da. Siehste. Irgendwo. Im Irgendwo. So unauffällig platziert. Dass man sie nicht gesehen hat. Dass ich sie nicht gesehen habe in der Situation. Gut, dann. Herr mit der Schein. Insignie. Wann hab ich das nicht abgefeiert? Es hieß ja auch bei Mario Sunshine. Ich hab mir Berichte durchgelesen. Endzone. Videospiel-Magazine. Im Internet-Café in der Schule. Ich hab mir ja durchgelesen. Alles. Pipapo. Dies, das. Ananas. Über Mario Sunshine. Und man sammelt die Shines. Shines Brides. Und so weiter. Und ich erst, als ich das Spiel in den Händen hielte. Hieß es auf einmal. Insignie. Hab ich als Kind immer gesagt. Insignie. So wie's geschrieben wird. Insignie. Auch das Pokémon hab ich so genannt. Also. In Divi. Mega nie. Voll dumm eigentlich. Aber ich wusste es halt nicht besser. Es wurde halt so geschrieben. Oh Mario, du begibst dich nun auf den Grund des Meeres. Opsi wartet oben auf dich. Äh. Und trage dies. Dieses Seil ist eine Abkürzung direkt zu Opsi. Das freut mich. Das habt ihr gut gemacht. Aber ich kann Wandsprünge. Das wäre nicht das Problem gewesen. Passt schon. Ups. Direkt? Direkt ist so ne Sache. Direkt? Wo steckt der denn? Hä. Wo steckt der denn? Ich weiß nicht wo er ist. Gut. Der Pfeil sagt oben. Ich glaube, dass ich wirklich weiter nach oben muss. Jetzt auch noch ohne Gegner. Ist noch weniger das Problem. Oh komm. Nein. Da steckt doch der alte Mann. Aber warum so weit oben, wenn es auf den Grund des Meeres gehen soll? Du scheinst bereit zu sein. Der Schmutz kommt von einem Riesen-Aal. Er haust im Heim unserer Vorfahren am Grund des Meeres und lässt sich dort gefährliche Hohlräume entstehen. Siehst du dir mal an? Seht ihr die Coin? Ich seh die Coin. Der entkorkte Wasserfall schafft eine Öffnung durch den Schmutz, die als Eingang dient. Spring hinein. Wenn ich doch gerade schon einen frei habe, dann mache ich das erst mal hier so. Oder nicht? Was hat es damit gerade auf sich gehört? Exterleben. Schmelz den Eisblock. Ich glaube, es gab noch mehr zu beklagen. Pass auf. Ach so, das Wasser ist ja noch dreckig. Deswegen erst mal das machen. Wie gesagt, es gab noch Unterwasser-Stuff. Ein eigener kleiner Sub-Bereich. Ist das nicht schön? Und ich glaube, hier gab es Blue-Coins. Deswegen aufpassen. Aber wo? Aber wo? Oder war das alles viel tiefer? Was sich giftiges Material nähert? Vor allem, wie viele waren das hier? Ich glaube, erst mal weiter runter. Das Wichtigste war... Unten! Oh, das ist keine Luft. Dafür gibt es hier genug Münzen. Münzen geben Sauerstoff. Das weiß doch jeder. Jeder gute Taucher braucht Münzen bei sich zu Hause. Ich hätte schwören können, da wäre hier was gewesen mit denen. Die werden von Karies-Bakterien angegriffen. Ist ja auch nicht so schön, oder? Die waren auf irgendwelchen Podesten oder so. Das waren einige. Ich kann mir gerade nicht mehr ausmalen, wo das war genau. Ich habe gerade im Letzten irgendwas gelesen. Und zwar ein Artikel, der nannte sich irgendwo im Internet. Die schwersten Scheins, wohlgemerkt, nicht Insignien, Insignie, sondern die schwersten Scheinsaufgaben in Super Mario Sunshine. Und das mit ihm hier. Warum? Warum findet irgendjemand diese Aufgabe schwer? Vielleicht nervig. Vielleicht geduldszierend. Schwer. Ganzhaft. Öffne nochmal dein Mäulchen und ich werde dir helfen und ein bisschen Zähneputzen. Ich will gar nicht wissen, was du alles gegessen hast. Ich zweifle überhaupt, dass Zähne... Achso, die fallen dann auch noch aus. Ja, die ganz faulen, die fallen aus. Die werden geputzt und dann fallen sie aus. So funktioniert das hierzulande. Man kann sich vielleicht oft keinen Reim drauf machen, was der gerade vorhat und so ein Quatsch. Ich muss natürlich auch die Luft im Auge behalten. Vor allem für sich einfach drüber schweben. Der Rest geht wie von selbst. Ja, komm. Ach, hier ist was. Oh, hier geht. Ah, hier ist was. Tööööööööö…. Ja gut, das zu kontrollieren Die Steuerung ist halt ein bisschen hart Ich weiß auch nicht, ob sich das regenerierte Karius Wenn sich komplett gesäubert wurde Kann ich euch nicht sagen Ich werde einfach ein bisschen Geduld beweisen Vielleicht erschienen die Blue Coins halt auch wirklich erst Nachdem das geschafft wurde Autsch, Leckparty Ja, leck mich doch Das könnte wirklich ein bisschen Panik verbreiten Weil die Münzen respawnen bestimmt nicht Entweder man gibt sich ein bisschen Mühe Oder halt eben nicht Ups Wurde schon mal irgendwer eben von dem verschlungen Ich will es gerade nicht rausfinden So Aber die Position ist gut Bleibt doch mal so Der muss raus Vor allem nur ganz leicht kommen Irgendwelche Wasserströmungen auf ihn zu Quasi So ein bisschen vom Dreck weg Das Ergebnis Dann fällt der Zahn aus Also der war wirklich schon ein bisschen wackelig Was soll das werden hier? Ich will dir doch nur helfen Also nah ran ist die eine Sache Da hinten ist noch eine Komm, der letzte Da dreht er sich wie ein Affenarsch Ja, bestimmt eine Aufgabe Die in Erinnerung bleibt Denkt dran dir regelmäßig die Zähne zu purzen Sie kommen herüber wie Sonic 6 Von der Sonic Zeichentrickserie Von der alten Da kam hinterher nochmal so ein einminütiger Cartoon Von wegen Geh nur bei Grün über die Straße Oder stehlen ist doof Oder wo sich Tails irgendwie Ne, wie war das? Die Roboter von Eggman Oder Robotnik haben sich was angezündet Und da sagt, äh Sonic so Ja, aber Rauchen ist schlecht Das ist schlecht für die Zähne Da kriegt man Schwarze Zähne und so Sehr, sehr ungesund War schon ein bisschen Creepy Gut, aber hier waren definitiv Blue Coins Deswegen Komm, kommst du nicht mehr höher? Ich würde eigentlich schon ein bisschen suchen hier Hier riecht mich wirklich so hart Weil ich habe keine einzige gesehen Doch Seht ihr das? Aber wie viele sind hier? Boah Ich glaube, das gucke ich lieber gleich nach Weil Es waren mehr als eine auf jeden Fall War nicht so weit oben Definitiv, ja Da ist noch eine Drei oder vier Drei oder vier Aber ich will nicht verrecken Hier Drei oder vier Aber ich will nicht verrecken Hier Ich weiß nicht Vielleicht sind die wirklich erst nach dem Sieg über das Vieh Aufgetaucht Kann ich euch auch nicht beantworten Hauptsache ich habe den Shit Ich glaube, das war es Aber Stammvertrag ist nicht möglich Ich sehe aber Die Münzen, ne? Holy Macaroni Hatte ich gar nicht so eng in Erinnerung mit der Luft Trap 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 Und Insignalkrallen Ich hoffe und denke, es waren nur drei Stück Wie viele habe ich denn jetzt? 25 25 blaue Coins Und ich weiß noch ein paar Ich schätze Das nimmt ein gutes Ende Apropos Ende War doch in Ordnung heute, oder? Ich hoffe Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Natürlich weiterhin mit Bayer Paradiso Dann werden wir noch schneller Insignien holen Das steigert sich von Part zu Part Bei uns hier Ist gar keine Geschicklichkeitspassage dort Ich glaube nicht Jep Das wäre es also Ich sage erst mal Däumchen wären Träumchen Bis dann und ciao